Russland vor knapp zehn Jahren. Das Internet ist noch relativ frei. Journalisten veröffentlichen mutige Recherchen, Blogger kommentieren bissig die aktuelle Lage, in sozialen Netzwerken wird hitzig diskutiert. Bis 2012 zehntausende Menschen auf die Straße gehen und protestieren. Gegen Wahlfälschung und gegen Wladimir Putin, der gerade zum dritten Mal Präsident wird. Die Demonstranten organisieren sich über soziale Netzwerke. Danach schränkt der Kreml den Spielraum im Internet ein. Mithilfe neuer Gesetze werden Inhalte blockiert. Artikel, die angeblich Homosexualität propagieren, religiöse Gefühle verletzen oder zu Extremismus aufrufen. Sie lassen sich nahezu beliebig auslegen und hängen wie ein Damoklesschwert über Bloggern und Journalisten. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnazor darf Internetseiten ohne Gerichtsbeschluss blockieren. Sie sperrt Jahr für Jahr tausende Artikel und Webseiten. Die Behörde führt eine schwarze Liste ein, auf der bald auch Seiten kritischer Medien und Aktivisten stehen. Gleichzeitig geht der Kreml mit drakonischer Härte gegen einzelne Nutzer vor, die in sozialen Netzwerken aktiv sind. Immer öfter werden sie zu Gefängnisstrafen verurteilt. Mehrere Jahre Haft für ein Like an der falschen Stelle. Die Abschreckung funktioniert, Angst und Selbstzensur sind weit verbreitet. Anonym zu kommunizieren wird derweil immer schwieriger. Der Inlandsgeheimdienst FSB baut das Überwachungssystem SORM aus und kann nun massenhaft Telefon- und Internetdaten abfangen. Die Vorratsdatenspeicherung wird verschärft. Drei Jahre lang müssen Verbindungsdaten gespeichert werden, also zum Beispiel wer wann mit wem telefoniert hat. Konkrete Inhalte von Gesprächen und Nachrichten sollen sechs Monate lang gespeichert werden und der Geheimdienst hat jederzeit Zugriff. Ein weiteres Gesetz verlangt Internetdaten russischer Bürger nicht mehr im Ausland, sondern ausschließlich auf Servern innerhalb Russlands zu speichern. Das Karrierenetzwerk LinkedIn weigert sich und wird kurzerhand gesperrt. Weniger leicht haben es die Behörden mit dem Messenger-Dienst Telegram. Gründer Pavel Durov, der auch die russische Facebook-Variante für Kontakt hier gegründet hat, lehnt es von Anfang an ab, mit Staaten oder Geheimdiensten wie dem FSB zusammenzuarbeiten. Für Kontakt hier muss er deshalb verkaufen. 2013 veröffentlicht er Telegram. Der gilt dank seiner starken Verschlüsselung als besonders sicher. 2017 drohen die Behörden, Telegram zu sperren und verhängen ein Bußgeld. Wiederum ein neues Gesetz macht das möglich. Messenger-Dienste sollen dem Geheimdienst beim Lesen verschlüsselter Nachrichten helfen. Durov weigert sich, Nutzerdaten herauszugeben. Im April 2018 wird Telegram per Gerichtsbeschluss gesperrt. Er lebt seit einigen Jahren im Ausland. In Russland hat Durov zahlreiche Unterstützer. Engagierte Anwälte vertreten Telegram vor russischen Gerichten. Menschenrechtsgruppen bitten die Vereinten Nationen um Hilfe. Journalisten berichten der Öffentlichkeit, wie der Kreml die Kontrolle im Netz verschärft. Noch herrscht in Russland keine Internet-Zensur wie in China. Noch scheitert der Kreml daran, das Netz vollkommen zu kontrollieren. Doch der Spielraum wird immer enger. Reporter ohne Grenzen unterstützt russische Journalisten und Blogger in ihrem Kampf für die Meinungsfreiheit. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Vielen Dank.